Ich hab noch nicht einmal gemacht, wo ich einen Sieg hatte. Harte, harte. Na, harte Beate. Beate, die harte Beate, Granate Einmal nur, einmal nur, einmal nur Sex mit dir. Fick dich, egal was du hast. Ich hab zwei goldene Items im Inventar. Aha, einmal ein Busch und einmal eine Minigun. Oder, natürlich, was auch richtig schön wäre, einmal die goldene Scar und einmal die goldene Heavy Pump. Nee. Bis jetzt hast du alles falsch. Soll ich dir mal was sagen? Mir ist das auch Gott sei Dank scheißegal. Ja, okay. Dann kriegst du halt eine Items. Oh, oh. Was hat denn jetzt gerade hier, ey? Arme in oben. Hast du Schild? Nein. Das ist schlecht. Im Haus. Wo, welchen wieder mit dem Da- ach, da, da ich seh's. Soll ich den ausräuchern mit der Stinkgranate? Meinst du, der ist noch da drin? Finden wir ja dann raus. Jo, Alter. Hab'n Body Shot. Mit weißem Schaden. Wo ist er? Der ist hinten bei der Treppe irgendwo. Ist down. Nice. Soll ich direkt down? Ah, okay. Dann waren da hinten auf jeden Fall schon mal welche. Der kommt hier rüber. Zwei Stück. Wo? Überrisky jetzt. Schade. Es wird auf jeden Fall, dass wir hier sind. Das wird dann jetzt mein Todesurteil. What? Pult der? Hab'n. Alter, wie ich den umlaufen hab. Buh. Der war auch wieder one-hit. Ich hab'n gedacht. Die waren auch beide wieder so... Die waren auch beide wieder so, äh... Scheiße. Ja. Ja. Du sagst es. Scheiße. Ich hab' beide wieder... Und ich hab' die... Logo. Ich hab' die richtig... Richtig schön hierher gelockt. Mit dem Sniper Shop. Beide Killed weggenommen. Naja, so will ich das nicht sagen. Das Schlimmste ist sowieso immer, wenn du nicht weißt, wo jetzt... Also du hast einen geholt. Und weißt nicht, wo dem sein Maid ist genau. Das ist das Schlimmste, was wir singen haben, weil du dann so panisch wirst. Auf einmal bist du von irgendwo angeschossen, denkst du so, ja moin, tschüss, das war's dann. Ich hab' einen Lamy gesehen. Lamy, ja. Geil. Oh, lass die mal bitte nur noch so nen Lamy, ja. Das hört sich irgendwie voll cool an. Oh, in Tomatoes sind auf jeden Fall welche. Ja, ich will mir grad nen Apfel fressen, dann komm ich sofort auf. Ups. Fettfinger hat. Apple Chews. So, wo sind die da? Einer ist im Taco-Laden. Sitzt der da zufällig, so Sniper-Position-mäßig? Nein, jetzt nicht mehr. Er hat ne Scar, glaub ich, ja. Ganz'n lachen wir beide absolut veraimt. Bodyshot. 75er. Ach, juck. Ja, moin. Ich denk, der wird sich jetzt hochheilen oder so. Ist der da unten? Ja. Sicher? Lol. Hier sind Mini-Shield-Dies da, wo der Lama war. Was war das denn? Hier sind noch mehr Minis. Hä? Was, was, was? Hä? Was war mit ihm denn los? Willst du die Farmers haben? Nö, danke. Brauch ich nicht. Ja, dann lass mal das liegen. Alles klar. Und ich hab ne Goldnis, gell. Ich weiß, die hatte der. Ich hab doch gesehen, wie du die mir hier quasi vor der Nase weggesteelt hast. Weil da hab ich mich grad vor... Egal was es war, ich hab mich vor irgendwas erschreckt. Ja, warum willst du die Farmers nicht haben? Brauch nicht. Ich hab's auf deine Almosen nicht abgesehen. Alles klar. Geben mir ab sofort getrennte Wege. Okay. When I see you again. Ja. Mini-Shieldies, Mini-Shieldies, Medipack. Aha. Und hier liegen Mini-Shieldies rum. Perfekte Situation gerade. Deut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020